SRM präsentiert mit dem Candeo einen neuen Kosmetikspiegel im mittleren Preissegment. Wir haben hier eine dreifache Vergrößerung, eine Ausladung von 394 mm, das heißt sehr gut einsetzbar auch im Projektgeschäft. Wir haben auch eine IP44 Zertifizierung mit diesem Spiegel, das heißt er kann im Nassbereich eingesetzt werden. Es gibt in den zwei Varianten, eine Variante als Direktanschluss, wie Sie ihn hier sehen, eine Variante mit Spiralkabel, der Durchmesser des Spiegels ist 207 mm und wir haben hier ein Lichtaustrittsband von 6 mm und die bewährte SRM Lichttechnologie.